Hi, ich bin Alex und in diesem Video begeben wir uns gemeinsam in den Wald. Denn es geht um das Roll and Ride von Cosmos Blätterrauschen. Das ist ein Spiel von Paolo Mori und man kann es im Prinzip mit so vielen Spielern spielen, wie man möchte. Es hat nur keinen offiziellen Solo-Modus. Und was Blätterrauschen so macht, das schauen wir uns nach dem Intro an. Blätterrauschen ist im Grunde ein ziemlich klassisches Roll and Ride. Mit einem großen Unterschied, dass wir in der Packung gleich vier Varianten haben, die wir spielen können, die sich von den Grundregeln gleichen, aber in der Wertung unterscheiden. Schauen wir uns aber dazu mal die Frühlingsvariante an. Das ist der Block, auf dem wir alle spielen. Also jeder bekommt ein Blatt dieses Blocks. Die sind auch jeweils doppelseitig, sodass man sie ohne Probleme wiederverwenden kann. In dem ganzen Block sehen wir aber, es gibt dann noch Frühling, die Sommervariante, den Herbst und den Winter. Wir haben also wahrlich genug Blätter, um da schön spielen zu können, um viele, viele Stunden Spaß damit zu haben. Bei Blätterrauschen geht es darum, dass wir zwei Würfel haben und diese werfen. Wir haben einen grünen und einen braunen, weißen Würfel mit den Werten 1, 2, 3, 4. Und die 3 ist zum Beispiel doppelt drauf, die 2 ist doppelt drauf, dafür keine 5 und keine 6. Dieser Würfel zeigt genau die gleichen Werte. Der Clou ist nun, dass wir schauen müssen, was möchten wir hier werten, wie wollen wir vorgehen und wie müssen wir eintragen. Wichtige Elemente dazu sind die Blätter, denn das sind die Startblätter, bei denen wir anfangen können. Der Fluss, da dürfen wir nicht einfach drüber malen, das gibt minus einen Punkt. Und die Bären, die wollen wir möglichst außerhalb unseres eingezeichneten Gebiets haben. Ja, denn wir kreuzen hier nicht einfach Dinge ab, sondern wir zeichnen erstmal Gebiete ein. Dazu würfeln wir mal und wir haben jetzt hier 4x1 bzw. 1x4. Ich muss also ein Gebiet einzeichnen, das jetzt 1x4 oder 4x1 Felder groß ist. Und das muss beginnen bei einem der 6 Blätter. Und jetzt muss ich mir schon Gedanken machen über die potenzielle Wertung. Was möchte ich machen? Denn die Wertung ist das Trickreiche an dem Spiel und sorgt damit dafür, dass wir hier auch wirklich etwas zum Nachdenken haben. Zum Beispiel jeder Baum, den wir ankreuzen, gibt 1 Punkt plus 5 Punkte, wenn ich 10 Bäume oder mehr habe. Jede Biene gibt erstmal gar nichts. Aber wenn wir Blumen dazu ankreuzen, sorgen die Blumen, sobald wir 3 Stück davon haben, dass jede Biene 3 Punkte gibt. Bei 6 Blumen gibt jede Biene 4 Punkte, bei 9 Blumen jede Biene 5 Punkte. Schmetterlinge geben 2 Punkte pro Schmetterling, aber nur wenn wir eine gerade Zahl an Schmetterlingen haben. Hier bei den Vögeln wollen wir Paare, 5 Punkte je Paar. Die Regenbogen geben 30 Punkte, aber nur wenn man alle 7 Regenbögen angekreuzt hat. Die Wolken geben 2 Punkte je Sprössling oder wenn ich 6 Wolken habe, 4 Punkte je Sprössling. Dazu muss ich aber natürlich auch Sprösslinge angekreuzt haben. Die Bären geben 3 Punkte, wenn sie außerhalb unseres Gebiets sind. Der Fluss minus 1 Punkt und wenn wir einen Fehlwurf haben, minus 3 Punkte. Fehlwurf bedeutet, ich kann nicht mehr ankreuzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen wollen, erstmal alle 7 Regenbögen zu haben, dann könnte ich zum Beispiel sowas hier als Gebiet umfassen. 1 mal 4. Und jetzt kann ich mir innerhalb dieses Gebiets ein Symbol aussuchen und jedes dieser Symbole ankreuzen. Also wenn jetzt mehrere Bäume drin wären, dürfte ich jeden Baum ankreuzen und ihn nehmen. Wir wollen aber den Regenbogen, also kreuzen wir den Regenbogen weg und markieren uns hier unten einen Regenbogen. Und ihr seht schon, das ist mit Bleistift gar nicht so einfach, weil man echt nicht gut sieht. Deswegen nehmen wir hier tatsächlich dann Feinliner bzw. Rollerpans, um das deutlicher zu machen. Und wir haben dann oft das Gebiet noch schraffiert, damit man im Laufe des Spiels auch wirklich sieht, was ist in einem Gebiet und was ist außerhalb. Diese Würfelwürfe werden für jeden eingetragen. Das heißt, jeder sucht sich aus, trage ich es ein oder nicht. Das Ganze geht dann so lange, bis alle ausgestiegen sind. Jetzt müsste ich 3x3 machen. So, 3x3 und ich erinnere mich, ich möchte auf jeden Fall den Regenbogen haben. Hier oben schaffe ich kein 3x3, an den komme ich also gerade nicht. Jetzt beim zweiten Wurf muss ich angrenzend an mein bereits bestehendes Feld ankreuzen. Das heißt, ich könnte mit 3x3 zum Beispiel dieses Feld hier machen. 3x3, so. Und könnte hier auch wieder den Regenbogen ankreuzen und habe dann hier einen zweiten Regenbogen. So geht das Ganze immer weiter. Und jetzt haben wir wieder 3x3. Wenn ich jetzt hier den Regenbogen will, geht mein Gebiet über den Fluss. Und ich muss mir minus einen Punkt für Flussüberquerung anstreichen. Und ich würde einen Bär mitnehmen, würde also quasi auch drei Punkte verlieren, nur dass es hier nicht negativ formuliert ist. Was ich ja letztens mal bei Isle of Cats als Kritikpunkt hatte, wenn man eine Punktewertung positiv formulieren kann, also Pluspunkte geben statt Minuspunkte, dann sollte man das meiner Meinung nach tun, weil es führt zu einem besseren Spielgefühl. Also könnten wir gucken, okay, kann ich sonst irgendwo 3x3? Nee, dann lasse ich es jetzt vielleicht gerade mal mit einem Regenbogen, sondern nehme was anderes mit. Zum Beispiel könnte ich hier 3x3 einzeichnen, um dann Bäume anzukreuzen. Oder da wären auch zwei Schmetterlinge, das wären auch vier Punkte, während die Bäume nur drei Punkte wären. Das ist doch eine Idee. Nehmen wir einfach mal die Schmetterlinge. So, 3x3 kreuzen beide Schmetterlinge ab. Sind das auf jeden Fall, weil es eine gerade Zahl ist, vier Punkte. Geht das Ganze weiter, solange bis man zum Beispiel eine Wolke geworfen hat. Für jede Wolke, die geworfen wird, muss ich hier eine Wolke ankreuzen. Das heißt, das ist tatsächlich Zufall, ob das dann mit den Pflanzlingen klappt. Das hängt einfach von den Wolken ab, wie die Würfel fallen. Würfeln wir mal richtig. Jetzt haben wir 3x1. 3x1 könnte ich den Regenbogen mitnehmen, bringt mir hier aber jetzt nicht viel. Aber ich könnte jetzt anfangen, um zum Beispiel auf die andere Seite zu gehen. Denn das ist jetzt keine Flussüberquerung, da das Feld komplett auf der anderen Seite des Flusses ist. Und ich nehme wieder den Schmetterling. Und das Ganze geht weiter. Wir haben 3x2 und wir haben eine Wolke. Und 3x2, da kann ich jetzt zum Beispiel hier oben den Regenbogen mitnehmen, ohne dass ich da irgendwie einen Nachteil draus habe. Das mache ich auch mal. So, und da habe ich den dritten Regenbogen. Und das war eine Wolke, also muss ich eine Wolke anmalen. Und 2x2 mit zwei Wolken. So, jetzt habe ich ein Viererfeld. Jetzt muss ich schon wieder gucken. Aha, 2x2 kann ich hier oben den Regenbogen mitnehmen. Muss aber jetzt auch echt mal gucken, dass ich noch ein Schmetterling kriege. Denn sonst sind die ja keine Punkte wert. Und noch eine Wolke. Und 2x3, das geht in dem Fall jetzt hier. 2x3 Regenbogen-Punkte und 1x4. 1x4 könnte theoretisch ein Träumchen sein, wäre es auch, wenn ich es hier hätte. Aber es ist jetzt hier ein Träumchen. Da nehme ich das doch jetzt einfach mal so mit, dass ich die Biene, ja, die Biene nehme ich mit. Und die zwei Bäume, 1x4 und nehme natürlich wieder den Regenbogen. Und jetzt fehlt mir noch einer. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich an den rankomme. An diesen schönen Regenbogen. 2x3 wieder eine Wolke. Jetzt haben wir tatsächlich 6 Wolken. Jetzt lohnt es sich wirklich die Setzlinge auch mal in den Fokus zu nehmen. Aber 2x3, ja, komme ich leider hier noch nicht hin. Also könnte ich zum Beispiel weiter gucken nach Schmetterlingen. Schmetterlingen hätte ich hier einen. Dann hätte ich hier wenigstens wieder eine gerade Zahl. 2x2, auch hier komme ich wieder nicht hin. Aber ich könnte hier wieder einen Schmetterling mitnehmen. Ankreuzen. Und so guckt man halt 2x4. Ja, das geht. Das wäre hier ein Gebiet. Und hier. Und damit hätte ich tatsächlich die Regenbogen voll. Und das wären hier auf jeden Fall 30 Punkte bei allen 7 Regenbögen. So, das soll reichen, um das Spielprinzip zu verstehen. Die einzelnen anderen Bögen variieren einfach nur die Wertung. Und es sind andere Symbole drauf. Das ändert aber das Spiel an sich nicht. Es ist aber interessant, weil es sich dadurch nicht festfährt, nicht einfährt. Ich habe genug Varianz, genug Möglichkeiten. Daher ist Blätterrauschen für mich ein durchaus interessantes Roll and Ride. Das einen auch zum Nachdenken während der Partie anregt. Weil man echt gucken muss, was nehme ich, wie werte ich was. Die Wertung passt sich eventuell an. Da sind also ganz, ganz viele Kniffe drin, die das Spiel meiner Meinung nach wirklich interessant machen. Und deswegen schaut es euch mal an. Ich hoffe, dieses Video konnte dir einen kurzen Eindruck von Blätterrauschen, erschienen bei Cosmos, vermitteln. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und beantworte mir doch die Frage, was ist dein Lieblings Roll and Ride Spiel? Bei mir ist es jetzt hart zwischen Blätterrauschen und tatsächlich die Penny Papers. Die finde ich ganz genial. Da bin ich immer dabei, das mitzuspielen. Und ja, wenn du dich mehr mit uns austauschen möchtest, dann komm doch gerne in unseren Discord-Channel. Das lohnt sich jetzt zu spieldigital garantiert. Und wenn dich zum Beispiel Rollenspiele interessieren, dann schau dir doch unseren Zweitkanal, das RPG-Lama, mal an. Da würde ich mich sehr freuen. Ich bin Alex und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. 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 Ciao.